So Leute, und damit willkommen zurück zu Retails Play Gothic 3, jo. So, erstmal ne kleine Information, und zwar hab ich letztes Mal den falschen Spielstand geladen. Was heißt, ich musste die ganze Tempel-Geschichte und, äh, ja, der sonstige Gewirrwarr von letztem Mal nochmal nachholen. Das ist der Grund, warum ich andere Ressourcen habe, also, ich hab, ich glaub hier ein paar Hightrack in mir und ein bisschen weniger Fleisch, na, oder so. Auf jeden Fall, müsste ich jetzt wieder aktuell sein, und ich würd sagen, wir machen einfach heute. So, wir müssen ja jetzt leider, äh, wo ist der überhaupt? Warum wächst du? Wir müssen ja eigentlich leider diesen, äh, Droiden-Tarum töten. Und ich würd sagen, mach das doch, ja, mach das nochmal gerecht. So, in der Regel, äh, sind Droiden in der Magie gewandert, aber, Magier haben im Nachhinein eigentlich nicht viel zu melden. Das Witzige ist, auch wenn wir ihn töten, ne, seine Kollegen hier draußen, ne, kümmert es nicht, die Bohne. Das ist nicht nochmal Teamarbeit, ganz ehrlich. So, hier haben wir ne Snapperstein, äh, Snapper, oh Gott. Snapperstein, was er auf sich hat, werden wir nachher noch sehen. Boah, ja, blindern wir hier nochmal schnell die, äh, Wohnung, äh, ja, oder auch die Hütte hier. Und, ja, mal schauen. So, äh, ja, Trank und Holding, das passt. Gut, das brauchen wir eigentlich an Lichtsgedöns hier. So, ansonsten, äh, ja, gut, lassen wir die Waldläuferseite in Frieden, denn schließlich, naja, haben wir eigentlich nichts. So, ja, wie gesagt, äh, wie gesagt, was hat es mit diesem, äh, mit dem Snapperstein auf sich? Äh, ja, das Teil vermag es uns in einzeln mit Putzverwandern. Wenn wir genug Mana hätten. So, äh, Mana-Pflanze, äh, ist hier. So, komm, friss. Gut, und los geht's. Ja, genau, also jetzt war eben ein Snapper und können uns auch hier schon ein bisschen bewegen. Wir können auch angreifen. Springen können wir auch indirekt. Und, ja, letztendlich ist halt ein kleines, äh, ja, Easter Egg, naja, trifft die ganze, aber trotzdem haben wir diese Druiden generell solche Tiersteine bei sich, wo man sich eben verordnen kann. Hat jetzt bei der Snapper eher Nachteile als Vorteile, denn wenn man da erwischt wird, hat man relativ schnell verloren. Äh, ja, später bekommt man dann stärkere Tiersteine von mächtigeren Druiden, aber das ist ein anderes Thema. Also, nur kurze Demonstration, wenn wir Snapper sind, greife uns andere Snappers erst mal nicht an. Also, hier hinten sind in der Regel immer so ein paar Viecher am rumschwirren. Und gegen die sind wir jetzt eigentlich gefeit. Also, hier, die sind recht gechillt auf. Das passt eigentlich. Gut, so viel zum Snapper-Schein. So, wir haben jetzt wieder hier unsere alte Form. Und wir können jetzt diese, äh, ja, auch auf dem Bauernhof sagen, dass wir das Problem gelöst haben. So, ähm, wo ging's nach Tredis? Da war die Brücke, da muss hier irgendwo, genau da vorne ist der Unterne Bauernhof. Wunderbar. So, kommen wir rein. Danke. Ich hoffe, du hast einen guten Grut, mich zu wecken wollen. Ja, hab ich. So. Der Druide Thorn hat diesen Bauernhof verwüstet und alle Bauern getötet. Dieses Schwein. Ich hab mir schon sowas gedacht. Gute Arbeit. Hier hast du etwas Gold. Jo, und die zweite Nachricht? Der Druide Thorn ist tot. Hm, ist wohl besser so. Dann muss ich das nicht mehr machen. Tja, damit hat sich die Sache mit dem Bauernhof auch erledigt. Sehr gut, Mora. Hier, nimm. So, ein bisschen Gold, ein bisschen Erfahrung und noch ein bisschen Ruf. Das passt doch. Ja, leider haben wir noch immer nicht genug Ruf. Wir müssen immer noch auf, äh, 70 kommen. Und deshalb müssen wir, ja, hier erstmal schauen. So, ein paar Quests hatten wir noch. Einmal diesen Alchemisten Avogado, oder Avogado, kein Ahmiger Typ hieß. Äh, wir müssen schauen. Ah ja. Hä, was ist das? Hier ist irgendwie Kampfmusik, hat er jetzt? Äh, okay. Auch gut. So, äh, sei es wie es sei, wir kümmern uns mal um diese Alchemisten. Ja, Trelis leidet ja unter, äh, ja, ständigem Mangel an Heiltränken und dafür brauchen sie eben einen Typen, der in der Alchemie bewandert ist und eben das zweite gesucht hat. Ich kann es ja verstehen, aber leider müssen wir wieder zurückholen. So, und diese Alchemisten finden wir genau da oben. Wir können auch deswegen irgendwas essen, weil unsere Lebensenergie ist nicht gewahrte, ja, am Topf. Da kommt auch wieder. Ja, eigentlich ist es ja, ja, verräterisch, hinterhältlich, was auch immer, was wir hier machen, aber anders kommen wir eben nicht zum Boss vor. Nein, bitte, tu mir nichts, ich bin's nicht gewesen. Aha. Witzig, dass er gleich im ersten Gespräch sagt, nein, ich bin's nicht gewesen, ist ganz unverdächtig. Moment mal, was hast du ausgefressen? Raus mit der Sprache. Gar nichts. Ich bin ein einfacher Bauer hier und mache nur meine Arbeit. Glaub mir. Nicht wirklich. Du bist kein Bauer. Du bist ein entflohner Alchemist. Du hast für die Orks in Trelis gearbeitet. Verrate mich nicht, bitte. Ich gebe dir auch all mein Gold, aber sag niemandem, dass ich mich hier versteckt halte, ja? So, kurze Pause. So, da bin ich wieder. Ja, äh, jemand hat sich verwählt. Gut, äh, ja, wo waren wir stehen geliehen? Ja, äh, naja. Gib mir kurz. Aha. Ah, leider müssen wir das hier wählen, ansonsten. Du gehst zurück nach Trelis oder ich mach dir Beine. Du bist ein mieser Kopfgeldjäger. Gut, ich gehe zurück. Aber du solltest besser auf mich Acht geben, dass ich auch heil ankomme, du Schwein. Ansonsten bekommen wir eben keinen Ruf. Ja, gut, der Typ hier, nee, oder, ah nee, komm, hör mir auf. Komm, hier lang. Ja, nee, da lang. Nein. Ah, Mann, verarsch mich nicht. Ah, Mann. Was gibt's da nicht? Wollt ihr mir jetzt oder lasst du sein? Ja, kostet gar nicht. Ich dachte, der hätte sich jetzt gesetzt. Naja, gut. Hatte noch ein gutes Ende genommen. Ja, wir dürfen jetzt wieder dieser entflohenen Sklaven zurück nach Trelisbringen. Oh Mann, wie die die da behandeln werden, naja. Aber immerhin, wir hätten unserem Rufentredes Genüge getan. So, komm. Ich bin wieder hier. Bist du jetzt zufrieden? Du wirst es überleben. Ja, okay, gut. Mach mir heiltränke. Ach so ist das. Jetzt darf ich auch noch für dich arbeiten. Dafür bist du hier. Na, hier hast du ein paar Heiltränke. Drei Heiltränke umsonst. Okay, allein deswegen könnte ich schon mal meine, naja, anfänglichen Bedenken verwerfen. So, wo war der Typ von vorhin? Ist er Frank-Kranken? Ich kann mir den Namen nicht merken. Irgendwie Frank-Kranken ist ähnlich. Das hier war er auch nicht. Oh Mann, die schauen alle gleich aus. Ah, hier war er auch. Ich habe Avogadro gefunden. Sehr gut. Jetzt bring ihn zurück in sein Labor. Ich fand ihn auf einem der Bauernhöfe. Das ist ja schön für ihn. So. Avogadro arbeitet wieder in eurem Labor. Fein! Wenn er nochmal ausbüxt, dann werde ich ihn eigenhändig verfüttert. Sehr gefaust, wie sie schreckt. Dich kann man losschicken. Ja, okay. Na ja, gut. Sollte vielleicht nicht mit so oft vollkommen, denn na ja. Ich möchte morgen in den Spiegel schauen können. So. Okay, weiter geht's. Und wir müssen hier noch ein paar andere Dinge erledigen. Und was jetzt kommt, ist mir, na ja, nicht ganz geheuer, sagen wir es mal so. Und zwar sollten wir ja von Torgos aus diese Waldburschen da erledigen, ne. Und mir in der Gemeinsatz, na ja, die hier, um genau zu sein. Und die einzige wirkliche Hacke, die ich sage jetzt, ist einfach ein Bogen draufstehen. Und hoffen, dass sie einen nicht in ihrer Scheißkeule erwischen, natürlich. Ansonsten gibt es hier eigentlich nicht recht die Schwarzen, außer dass ein Treffer am Kopf logischerweise mehr Schaden verursacht als ein Treffer im Torso. Okay, seit wann ist es glaube ich einfach so? So, komm. Ja, das könnte jetzt, äh, der Nutzen dauernd. Komm, hau, sie haben hier. Komm. Mann. Das kann doch nicht wahr sein, hallo. So, komm, hier lang. Und, weiter. Ja, ich glaube, die restlichen Oger schneide ich glaube ich raus, weil, ganz ehrlich, das funktioniert immer noch im selben Prinzip und, ja, das dauert dann glaube ich einfach zu lange. Also, ich sage da jeden Einzelnen, aber den hier mache ich noch in der Aufnahme hier fertig. So, so einfach geht's. So, das war's mit dir, du Mist. Ein warmes Feuer ist doch was Feines. So, äh, gab's da vielleicht nicht. Okay. Ja, und hier geht's auch den Oger Morgenstern. Oh Gott, das ist heute meine Aussprache, ne. So, wie gesagt, die restlichen schneide ich raus und dann schalte ich nachher wieder ein. So, bis dann. So, und das war's. Da brennt der letzte Oger. Und ja, wir hätten seine Waffen. So, nun heißt es noch schnell pennen gehen und dann Toros Bescheid sagen. Und dann, denke ich mal, wäre dem Part auch wieder Genüge getan. Ja, ähm, leider erreicht das noch nicht ganz. Wir müssen noch ein paar Sachen erledigen. Aber ich denke, dafür ist in den folgenden Parts noch genug Zeit. So, haben wir hier irgendwo Aatoros? Dann, was willst du? Du bist Befehlshaber der Orks? So ist es. Ich kümmere mich um die äußeren Gebiete von Trelis. Die Bauernhöfe im Umland müssen kontrolliert und die Ausgrabungen im östlichen Tempel müssen bewacht werden. Der Job ist schon hart genug. Jetzt, wo du da bist, muss ich wohl ganz besonders aufpassen. Kann ich dir helfen? Mir wäre lieber, du verschwindest einfach wieder. Aber da du mir diesen Gefallen sicher nicht tun wirst, kannst du genauso gut für mich arbeiten. Okay, es könnte sein, dass die hier schon mal genannt wurden, diese Dialoge hier. Aber wie gesagt, die Erklärung war ja schon mal ein Bundespaar. So. Diese hinterlistigen Urga belästigen garantiert niemanden mehr. Gut, eine Sorge weniger. Hier, dein Sold. Jo, mit 1000 Gold hat er uns entlohnt. Naja, ein bisschen wenig, aber was müssen wir machen. Okay, also wir sagen, bis dann. Ciao.